Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's play THE BINDING OF EIDA KRAF THE LAMB Wir werden heute ein normales Spiel measure... ...Meggy hatten schon ewig nicht mehr Spiel вообще Magdalene... Entschuldigung. Ah, what the hell. Geht er gut los mit Doppelspinn. Doppelspinn. Mist. Fucking Mistviecher. Lass mich in Ruhe. Nach den letzten beiden Rounds hoffe ich ja, dass es heute so weitergeht. Das sind die letzten beiden, die wir so gut gemacht haben. Ja, ich glaube, das waren die letzten beiden. Oh, du willst auch noch sterben. Na, komm. Zack, zack. Einfach aus einer Weile und weil ich es kann, treffen wir nicht schlecht, danke. Oh. Dick Gold und der Auerkheimra. Das Jammhardt. Ob wir wieder voll sind. Blöder, verdammter Fleischklappen, danke. Oh, Faith Up. Wir haben jetzt drei Soul Hearts. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und kriegen The Duke of Flies. Mal schauen. Wir machen ja nicht ganz so viel Schaden wie mit den anderen Charakteren. Hops, jetzt habe ich die Tassen nicht richtig gedrückt. So. Hops. Hops, 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 hops. Hachst du das? Hachst du das? Ach, noch eine, die auf uns zugekommen kommt. Ach. Komm schon. Hör auf, so viele Fliegen zu schocken. Müstvieh. Die großen Müstviecher auch noch, ey. Total verbrannt, so. Au. Die ist genau in uns eingeflogen. Na komm. Ach. Hörst du halt auf, irgendwelche Fliegen zu spawnen, du kleine... Au. Mistratte. Jetzt fliegen wir mal noch nicht zu hier. Dreck, verdammter. So. Jetzt komm schon. Au. Die voll in mich reingeschossen. Dieser kleine... Bossgegner. So. Da ist er down. Hm. Große Fliege. Kleine Fliege. Kleine Fliege. Kleine Fliege. Einzelfliege. Einzelfliege. Oh no. Noch mehr Soul Hearts und Tears up. So. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ups. Monitor ein bisschen richten. Ich hab schon wieder vergessen, das abzubrechen. In den Schinskinder. Fui. Au. Hab ich nicht gesehen, dass der auf mich geschossen hat. Aber noch. Diese kleinen, verdammten... Komm schon. So. Wir haben zwei Rot und einen Grün. Das heißt, wir kriegen drei Items hier. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, du siehst doch eh nicht, wo ich bin. Halbsherz. Geld. Oh ja. Oh, und noch ein Soul Hearts. Das geht ja richtig los hier heute. So. Das war mal kaputt. Und kriegen noch ein Soul Hearts und ein Damage Upgrade. Den Small Rocks. Sehr schön. Gucken wir mal, was im Geheimraum ist. Drin ist. Moms. BH. Nein, dann nehme ich lieber das Yum Heart mit. Auf jeden Fall. Das ist drei Millionen mal besser, als wenn man das Space Item sich heilt. Das ist eigentlich immer profitabel. Auch wenn wir fünf Soul Hearts haben. So, kommt raus. Bäh. Jetzt kommen die wirklich raus. Down, 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 down. Alle tot. Ne, nicht zu dicht ran gehen und schließe ich das nachher noch auf. Das wollen wir ja nicht, ne? So, Kacke, ich bin alle kaputt. Nischt. Das heißt, weiter jetzt. Auf in Richtung Bossraum. Tja, kacke. Tja. Nein, das ist nicht doch. Aber immerhin habe ich so viel Schaden, dass ich die verdammten Fliegen mit einem Schuss down kriege. Gucken wir mal, was im Kampfraum ist. Nein, ich gebe keinen Schlüssel aus. Schlüssel aus, um irgendeine Truhe aufzumachen. Genau, kommt alle hier rum. Nein, da kommt einer anders rum. Ach, mir auch egal. Alle tot. Bis auf dich. Bam, unten hoch. Oh, 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 oh. Das holen wir uns natürlich nachher noch. Dann können wir nämlich noch mehr leben. Leben, 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 leben. So. So, jetzt machen wir das Schießfeuer aus. Sehr schön. Dann werden wir gleich mal eine Bombe benutzen und gucken, ob wir uns auch jetzt in den Leutraum einfach reinspringen können. Nein, ich bin nicht. Na gut. Oh, oh, oh. Oh, äh, komm ich so da durch? Ja, sehr schön. Und wir kriegen zwei neue Bomben. Das ist gut. Und das ganze Geld nehmen wir natürlich auch mit. Logisch. Wäre ja doof, wenn wir sowas zurücklassen. Hm, Gemini. Und wir sind nicht schneller. Na, mal gucken. Äh, vielleicht habe ich einen beschissenen. Wow. Oh, ich glaube, der Kleine hat... Oh, Gott. Hier, du frisst das. Meine Güte. Also ganz viel Abstand schaffen. Oh, schon da. Der Kleine ist irgendwie andersfarbig gewesen. Und ist jetzt auch gerade größer als normal, glaube ich. Unbedingt ein Speed-Update, ey. Das ist ja nicht mehr normal hier, dass wir hier so lahm sind. Jetzt kommt, tritt Dinger. Oh, danach muss ich erstmal den Fernseher leise machen. Ich hoffe, man hört ihn nicht im Hintergrund. Das wäre sehr unschön. Ui. So, Sekunde. Jetzt mache ich mir erstmal den Fernseher aufstummen. So, danke schön. Und dann haben wir hier nochmal drei Soundhards. Sehr schön, sehr schön. Zack, zack, zack. Und... Dogfood. Dann gucken wir erstmal, was in dem Evil-Raum drin ist. Spektraldrehen. Und das... Äh, was war das denn jetzt? Ich habe doch gar nicht eh gedrückt. Ich habe... Ah, okay. Falsche Taste gedrückt. Ähm, Sekunde. So. Ich bin nicht wieder auf die Feiltasten gekommen, sondern auf Steuerung und so. Steuerung ist ja bekanntlich. Bombelegen. Huch, noch nicht runter. Ich will mir jetzt das Holy Heart... Äh, das... Ja, das Holy Heart noch holen. Äh, ist sozusagen meine Bombe verschwindet, aber haben dafür wenigstens kein Leben verloren. Wir haben die komplette Reihe jetzt schon voll. Wir sind gerade mal in der zweiten Ebene. Oh. Zwei Schüsse auf dem Kakao-Fielen und die sind weg. Sehr schön. So. Und ab in die nächste Ebene. Und diesmal breche ich auch ab. Ich denke dran. Versprochen. Zwei Sekunden später. Er hat es wieder vergessen. Ja. Und... Naja. So. Rinder. Und sofort abbrechen. Haha, er hat es nicht vergessen. Ah, er wird doch einfach sterben. Lasset mich in Ruhe das zuerst gehen. Danke. Ui, das war knapp. Down. Und... Down. Und nichts gekriegt. Dafür ist das nicht toll. Ach, das ist doch mal gut hier. Oh, ich hab den sogar noch so oft getroffen, dass er da unten ist sehr schnell. Oh, eine Bombe. Da bomben wir uns doch gleich rein. Vielleicht ist ja was Tolles drin. Geld und schlussend. Ne, oder? Geht? Ist okay, ist okay. Jetzt nicht das Gelbe vom... Ei, aber ist okay. Au. Zum Glück nur ein Zaun hat, was wir da gerade jetzt eingebissen haben. So, jetzt bin ich noch fertig. Und dann bomben wir. Da ist der Bossraum. Da gehen wir jetzt aber noch nicht rein. Ohm. Ohm. Wir gehen nach oben. Mal gucken. Ach. Schon wieder so ein Schmarrn hier. Stirb. So, jetzt bist du dran. Ey. Ja, ja. Ist gut. Ähm. Der Herophant, glaube ich, war... Genau, zwei Saulhearts. Durchbomben. Thru eröffnen. Und den Rusted Key bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was der macht. Boah, ich muss mir das irgendwann mal aufschreiben. Oder was weiß ich. Oder was weiß ich. Nee, ich habe mir sonst nichts zu tun. So. Und wieder nichts gekriegt. Ist das toll. Ah, na klasse. Kann ich jetzt Herzen opfern? Habe ich keine Lust zu? Ich denke mal, wir werden die alle noch brauchen mit Magdalene. Hm. Schön. Ähm. Entfernen Sie sich bitte. Klar. Ich habe keine Lust mehr zu kuscheln. Da ist der Geldraum. Let's sehen. Wahrscheinlich noch nicht so intelligent. Oh, what the fuck. Ach, ich habe ja gar keine Bomben. Hey, du Marde. Tote Marde. Und was haben wir da? Bad Gas. Naja. Immerhin nichts Negatives. Die Zwiebel... ...zerkauern noch mehr Tiers. Sehr schön. Noch nicht das Optimale, aber erst mal nicht schlecht. Ach, jetzt habe ich das Geld da liegen lassen. Äh, Bomben haben wir keine. Aber wir gehen mal in den Geldraum. Einfach mal aus reinem Interesse, was da denn drin wäre. Oh, der Offer. Der Offer. Ja, genau. So, und dann nehmen wir das Zaul halt natürlich damit. Der Offer. Oh, Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Naja. Ihr wisst ja, was gemeint war. Wir haben jetzt auf jeden Fall 50... Ach, jetzt gehe ich den jetzt nach oben. Wir haben jetzt auf jeden Fall 50% Rabatt auf sämtlichen Inhalte-Shoppes. Wenn ich heute ab und zu mal ein bisschen mehr trinke, das fahre ich schon mal vor. Es ist knacke heiß. Ach, Fistula. Das heißt, ich habe eine gewohnt in einer Dachgeschosswohnung und das ist dreimal so heiß. Na komm. Ach, das ist doch, glaube ich, der, der exklusive Fliegenspawn, na genau. Danke. Der ist ja simpel im Vergleich zu dem normalen ist, dass wir jetzt... Uäh. Der Kindergarten. Ich verliere das mit dem Herzen. Die wir nicht brauchen. Ui, das war knapp. Und wir kriegen noch mehr Leben. Das sieht doch sehr gut aus. Na, mal gucken. Wie gesagt, ein Speed-Update wäre jetzt noch nicht schlecht. Und ein bisschen Shoot-Speed. Und noch ein bisschen mehr Schaden. Schaden ist immer gut. Schaden, Schaden ist wirklich immer gut. Das ist ja uncool. What the fuck? What is this? Oh. Oh, alle Daumen. Ui, und noch mehr Geld. Das heißt, wir können sofort wieder nehmen. Schade, kann man nicht... What? Lass mich doch voll verarschen, oder? Ach, jetzt hab ich die Fliege da freigelassen. Denk ich, wollte ich den da töten. Dann den da töten. Und jetzt noch den da oben wegnatzen. So, sehr schön. Ach, was soll's? Wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, nehmen wir gleich die Fliege auch noch mit. Auch wenn sie uns gar nichts bringt. Einfach nur, damit sie mir nicht auf den Seinkel geht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ihr wollt mich doch alle voll verarschen, oder? Ich verliere jetzt ganz bestimmt die Hälfte meiner Herzen, nur weil ich hier irgendwie... ...mich mit Fliegen rumärgert. Ja, toll. Alter. Ach. Ach, der ist doch total... Egal. Schieß. Oh, jetzt hab ich den auserst getötet. Nein. Ach, soll's. Ach, und wie dein Herz ist es, ja. Da wollen wir nicht rein. Aber wir haben immer noch keine Reihe angefangen, hier in der wir jetzt sind, ne? Wir sind immer noch nur bei... ...zwei Reihen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sonars wir haben. Beziehungsweise hatten. So, sehr schön. Jetzt ist die alle gleich gekillt. Jetzt nehmen wir uns den da vor. Na, komm. Na, jetzt stirb doch bitte. Danke. Oh, ne Pille war das nicht... Ne, das war nicht die Bad Gass. Das war... Ah, Bad Trip. Wir haben ein Herz verloren. Schade. Töte sie. Komm schon. Ach, mein Gott. Jetzt geh doch bitte endlich drauf. Und wieder nichts gekriegt. Ich krieg zu viel. Na klar. Hier hab ich doch. Hinter noch. Gut, da ist schon mal kein Geheimraum. Die Kakiäufe sind dann auch alle weg. Und ihr seid alle tot. Und dann gehen wir mal in den Goldraum. Mal gucken, was wir kriegen. Speed Update. Na, seht ihr. Es geht doch. Warum denn bitte nicht gleich so? Gehen wir mal in den da noch rein, weil wir ja noch einen Schlüssel brauchen für die nächste Ebene. Oh shit, jetzt hab ich mich aber gerade echt doof hier. Wow. Der war gut. Wir haben sich da selber gekillt. Das ist ein Herzgesprach. Ach, ihr wollt mich doch voll verarschen. Gibt's doch zu. Blöden Fliegenviechern. Oh, Bomben. Sehr schön. Schwupp. Ein Schlüssel wäre nicht. Den haben wir nicht. Das heißt, wir kommen da nicht rein. Oder? Nee, ne? Nee. Schade. Wo könnten denn die Geheimräume? Einer könnte hier oben sein. Könnte. Ist er aber ganz bestimmt wieder nicht. Oder hier. Ach, da ist auch keiner. Na, ist das ja schön. Weil direkt am Bossraum wird keiner sein. Dann kann maximal sein, dass der jetzt hier an der Seite ist. Da vielleicht noch. Naja, gut. Eigentlich kann er ja in jedem Raum anliegen. Ach, wer weiß. Oder ist es mir jetzt eigentlich auch Latte? Gegen die Pestilenz... Gegen die Pestilenz... Wo ist der Held? Uh, was für der Held? Ich denke, Kopf verlieren. Das wäre mal ganz angebring. Wow, was war das denn? Kann man ja auch nie sehen. Aber jetzt ist er jetzt kopflos und spawnen. Noch fliegt. Und schießen wir noch. Irgendwie doof in den Kopf. Das heißt, er ist schon irgendwie tot. Aber es ist reiner Sicherheit. Immer noch ein Stück weiter hinten. Uiuiuiui. Und es ist so hart. Und natürlich der Cube was mit der obligatorischen. Rounder. Ich glaube, ich habe immer letztes Mal schon wieder vergessen zu springen. Ja, ist egal. Oh nein. Oh nein. Let's hit das. Und her, let's hit das. Hallo. Und mich anspringen braucht er auch nicht. Das bringt euch gar nichts. Ein Schlüssel. Na klar. Ich habe ja auch gar keinen Schlüssel mehr. Den bräuchte ich also. Also ich bin ja nicht mal so schlimm. Geld. Schön. Schön. Wow. Wow. Der ist genau auf mir gelandet. Das blöde Mist. Ich glaube es ja wohl. Geld. Ja, schön. Bomben. Schlüssel. A, B, C. Ich muss da vorbei. Aua. Blöden. Kackfiecher. Oh. Kackfiecher habe ich gerade gesagt. Hallo. Oh Mann. Mache ich mir das doch mal wieder kaputt oder sowas? Gibt's ja ja nicht. Gucken wir mal, ob wir bei den Gedärmen irgendwas bemerken. Hm. Kein merklicher Unterschied. Wir probieren es einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Ich brauche den... Es gibt's ja ja nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Oder eine Bombe, damit ich die Kiste hole. Und da darf da ein Schlüssel drin sein. Das ist mir egal. Gibt mir irgendwas, was ich... Was ich brauche. Oh, natürlich. Ja, na klar. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Oh, das gibt's nicht. Ja, das ist jetzt mal fertig. Das war, glaube ich, die Bad Trip. Genau. Zum Boss geht's jetzt noch nicht. Wir suchen noch einen Schlüssel. Und oder eine Bombe oder zwei Bomben oder drei Bomben ist mir auch ganz und vollkommen egal. Ich will jetzt hier einfach nur was schaffen. Nicht einen Schlüssel, aber da will ich nicht reinlaufen. Das Zaun hat auf jeden Fall weg und wahrscheinlich sogar noch ein halbes Herz. Ich gucke erst mal in den anderen Räumen, ob wir da ver... Ja, nein. Ist klar. Ist klar. Geh mal sterben. Ja, genau. Oh, ich glaube doch, bei euch hackt's, ey. Blöde Viecher, ey. Ja, genau.